Das Leben nach der Smartside-Methode für den Patienten ändert sich dramatisch. Wenn man vor dem Eingriff nichts in der Ferne gesehen hat, man konnte nicht ohne Brille Auto fahren, man konnte den Fernseher auch nicht richtig sehen. Auf einmal, von einem Tag zum anderen, sind alle diese Tätigkeit möglich. Man kommt wieder zum Alltag innerhalb von ein paar Stunden, innerhalb von einem Tag zurück. Man betrachtet die Welt ganz anders. Die Lebensqualität verändert sich auch für den Patienten in allen seinen Tätigkeiten und das macht natürlich das Verfahren besonders. Ich lade Sie herzlich ein, einen Termin bei iLeser zu buchen. Dieser Termin kann auch online vereinbart werden. Während diesen Termins werden erste Abklärungen durchgeführt und Sie lernen unser Team persönlich kennen.